gut da wären wir nun jetzt hier bei der zweiten aufnahme überhaupt nicht hintereinander oder so nee gar nicht sag mal bitte alle willkommen fuck fuck ich bin raus ich äh geht überschlafen bis ich da bin bin ich ich bin heute raus also ich bin für heute raus und das reicht mir wir haben jetzt geschlafen so kann es wieder reinkommen ne aber hier heute bei der neuesten Aufnahme jo wollten wir Heiner nicht mal aufklären Heiner ist schon aufgeklärt was meinst du was er die ganze Zeit macht das hat sich schon längst gemerkt alter direkt verbinden habt ihr jetzt geschlafen ne weißt du wir haben geschissen das hab ich eben gemacht ach darum hast du so lang gebraucht h 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 Witzigkeit, kein keine Grenzen Witzigkeit, kein kein Verdammt Da ist ein Slender Typ Ne, wer heißt gleich noch Skelett? Ein Slender Typ Ah, hier ist eins explodiert Was war das? Ah, und ich mach jetzt mal Selbstmord Leut, wer hat denn bitte TNT gelungen? Oh, nein Wer hat denn bitte TNT gebaut? Ne, das war doch in dem Wüstentempel Achso Ich hab mir jetzt hier erstmal hier... Warum ist hier keine Craftingbox mehr? Wollt ihr mich eigentlich klachsen? Wer hat die gelöscht? Hallo! Hallo! Pass auf, du kriegst jetzt hier ne Box! Freunde, du kriegst ne Box! Guck mal, ne Box! Nein, das will ich nicht! Ja, aber er ist gratis! Ach, nicht! Ne, ne! Alter, wo war ich eben? Wahrscheinlich im Buff! Nein, kleinwitzig! Das hat keiner gehört! Das hat keiner gehört! Keiner! Ich mein, danach! Kannst du dir nicht sagen, tut mir leid, das kann ich dir wirklich nicht sagen! Auch wenn du jetzt hier angekrochen kämpfst! Nein, nein! Ja, künd' ich dir immer noch nicht sagen! Heil... Au! Woah, One-Hit! Stark Sam, stark! Danke! Ich bin auch stolz da drauf. Hallo. Stolz. Hallo. Freunde. Oh Heinz, du bist so ein Yachtcenter. Was? Lululululululululu. Das ist... Alter, 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 alter. Wer ist denn? Wie? Hallo. Weiß jetzt vielleicht, wo bei uns in der Nähe ein Dschungel ist? Ja, hier oben auf dem Hügel sind paar Dschungelbäume. Ja, ne, die hatte ich ja mal gepflanzt. Die kann so abreißen. Nein, die gehören dahin, da baue ich ja mein Haus drauf. Die sind scheiße, ne? Die sind doch hässlich, oder? Potthässlich. Ja, reiß sie bitte ab, wenn du kannst. Stabil. Nein, die werden nicht abgerissen. Da wird mein Haus drauf gebaut. Zieh mal, du kannst kein eigenes Haus. Natürlich. Nein, du hast es einfach nicht verdient, ein eigenes Haus zu kriegen. Deine Mom hat kein Haus verdient. Oh, oh, oh. Simon. Kommt das hier unter von Sam? Simon, entschuldige dich. Sorry. Das war ordentlich. Das ist dem Simon zur Heike. Ganz schön heike hier. Da ist er aber auch wieder auf. Nein! Fail, okay, doch nicht so. Doch nicht ganz her. Er wird aufgelegt. Hallo? Hallo? Was geht bei euch? Wer hat gerade aufgelegt? Simon und der Dynamosen raus. Warum das? Hä, warum das? Warum sind die raus, Kai? 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 Hallo? Hallo? Ah, ja. Sorry, liebe Freunde hier. Aber ich kann euch gar nicht sagen, was hier los ist. Die wollen mich, glaube ich, hintergehen oder so. Von hinten nehmen. Ähm. Ich würde mich nicht stören lassen. Darum machen wir jetzt einfach hier weiter. Still und heimlich. Wir belegen jetzt einfach unser Dach hier fertig. Was ist mit euch los? Was ist mit dir los? Ja, okay, kann auch sein. Irgendwas war gerade ein bisschen strange. Ja, seid ihr jetzt auf jeden Fall wieder da? Ja. Kai fehlt bei mir noch, glaube ich. Ja, komm, der auf den Server dann wieder drauf. Nee. Gerade komm ich nicht drauf. Dürftest du aber eigentlich? Wenn nicht, dann ist was schiefgelaufen. Aber kräftig. Na, Leute, ich soll mal ein Hallo von Daniel sagen. Ach, hi Daniel. Alles klar, jung. Connected. Ja, also bei mir hat es gar nicht funktioniert. Ja. Hat sich die IP wieder verändert? Funktioniert es denn jetzt, oder was? Nee. Oh, also liebe YouTuber. Ich muss hier kurz erst gehen. Ja? Was wir machen können. Ich habe noch einen Server. Der hat auch keine Probleme mit der IP. Der hat eine feste IP. Ja. Nee, wir gucken mal kurz. Wir sind aber ja jetzt einmal hier drauf. So, ich muss denen ja nur die neue IP geben, falls sie sich geändert hat. Hat sich bestimmt geändert. Weil normalerweise gibt es aber keine Probleme mehr. No complication. Darum kriegt man die jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal. Ja, die hat es verändert. Hast du so geschrieben, Neu? Ja, hab ich neu geschrieben. Boah, schon wieder fehlt mir hier der Dreck. Ähm, so. Was? Ihr dreckige Kinder, warum habt ihr mit Dreck geklaut? Ihr seid voll die Diebe. Alter, äh, schwöre. Ey, ihr seid voll Diebe, äh. Ich werde es. Ihr klaut immer den Arsch. Ich bin wieder drauf. Was verwechselst du mit einem anderen mit einem Film? Ende der Datenübertragung. Nee, ich bin drauf. Aber neu probieren. Schwach, schwach. Nicht stabil, Simon. Nicht stabil. Instabil. Simon, instabil. In den Datenübertragung. Boah, Simon. Ich bin da voll in die Hose. Simon, da können wir jetzt nichts für. Weil, Heinz ist ja drauf. Ja, das ist ja, das ist nur noch drauf drauf. Wie was ist, wenn ihr drauf drauf kommt, was dann? Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, nimm. Nimm, 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 nimm. Und das ist ja so. Nimm, 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 nimm. Alter, wie das aussieht. Wenn ich das im Vollbild hätte, würde ich jetzt ziemlich lala werden. Funktioniert es nicht bei dir oder was, Heinz? No, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, weil Simon wieder da ist. Simon hat die ganzen Server den Arschschutz gebracht. Simon, du bist ein Arsch. Simon, du hast alles kaputt gemacht. Simon, du hast einfach alles kaputt gemacht. Simon, du hast einfach alles kaputt. die die wenn man mit dem die aber auch den Mutter die Kinder haben das kommt gleich rüber und die Wüste die Mutter steht in der Dönderbude und dreht sich die 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 bei uns so die Gras gewachsen möchte eine Folge Graf und die Tiefen was gewachsen Park bei johann die die Tüte gleich nicht und schulden das stück gefreut wie und wird wieder nacht das ist das immer nur weil du drauf gekommen ist nur weil du darauf gekommen bist Noor ja wir brauchen ja ich noch eine Türe zu unserem Schlafzimmer Rollerläufe Rollerläufe Hallo komm dir bitte schlafen bitte schlafen kommen ich muss mir was zu essen machen ich hab noch ein halbes Töstchen Wacht ich hab glaub ich noch was zu essen für dich ich hab auch noch was komm bei mir hier rein ne Chris Wart von Sam würde ich das nicht abnehmen ja ich würde auch nicht von mir nehmen aber ich habe hier Ahne das ist der falsche nein ja Heinz nimmst er ach auch Auro in der Storch es geht nicht erst jetzt aber heute wird doch ein Alter ich mach gar nichts ja noch eins okay hat die geschlafen nein nein noch nicht er da war lustig nun die Sto die Stolz die Stolz die Stolz die Stolz die Hände Stolz Schade ein bisschen Schade Jung Schade das finde ich wirklich schade so also unser Mikro-Projekt braucht schon wieder Dreck ganz schön dreckiges Projekt immer wieder siehst du mich steh ich im Haus ja mit oder ohne Auge bewege ich mich gut bei mir springe ich wenn mir springe ich nämlich ich bin so nicht ja aber wenn ihr kriegst du keinen Schaden na und die 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 so ein Schaden du hast aber doch hier den Heiz geheiratet Simon oder nicht Ihr seid da jetzt das neue Schwulepaar Deine Mama ist ein Schwulepaar Der Sinn einfach nur Das ist halt das Besondere Den muss man suchen Was den Sinn? Oder das Schwulepaar Beides Und vielleicht auch den Sinn des Schwulepaares Vielleicht muss man den Sinn von einem Paar sowieso suchen Sowieso nur am Suchen Das gibt's gar nicht, das ist voll YOLO Au, wer neipert mich hier? Keine Nachnamen Seine selber am Snipern Ne, das ist ein grüner Heckenschütze Grüne Heckenschütze So, ich darf meinen Neger so anmalen wie ich will Ich tanze ich dann um den Ofen herum Der Ofen ist ganz schön langsam Das will ich sehen wie du da rumtanzt Darf ich vorbeikommen? Philipp, ob ich vorbeikommen darf, war meine Frage Ja, kannst du machen Im Haus von dem Herrn S. Punkt Das ist gut Dann komm ich jetzt mal Nein, falsch So ist richtig So ist das wirklich korrekt Okay, dann komm ich nämlich mal eben gucken Hey, guckst du, ey, was guckst du? Hey, wo bist du denn? Hey, wo bist du denn? Leute, hat einer von euch schon mal Dschungel in der Nähe gesehen? Ja Ah Um die Ecke So, wo bist du denn hier? Ach, du kannst aber schön tanzen Wunderbar Ja? Okay Nee Ui Hier sind wir zwei Pfeil in Popo Ich bin schneller Ich tanze ich tanze ich tanze ich Oh wie der��ig auf drei herum Au Versuch doch nicht die die Fackeln nachzubauen Au noch eineinhalb Herzchen was ist denn hier oh ja klar Diamantschwert, Diamantschwert ja klar Simon du wolltest auch was mit den Diamanten abbauen die drei Diamanten die Diamantpick X die ist noch von Dings und die Diamantschwert die sind noch wieder ausreden Junge oh jetzt Lava hier Philipp komm komm mal hier lang geh mal da durch geh mal da durch Lava du schließt mir einen großen Gefallen wenn du Diamantschwert nimmst mit Lava fickte ich du hast mich auch gehauen ja aber du hast mich Richtung Lava gehauen ich verstecke mich was du findest mich nicht schade ja wow crazy shit jung crazy shit crazy shit ist auch Lava krasser scheiß sehr krasser scheiß hier wie krass kann scheiße sein sehr krass hat er jahr das r all und weil das arme Ei. Ihr solltet das Gras doch nicht rauchen. Es flog an mir vorbei. Ich dachte nur, oh, das arme Ei vorbei. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Hey, hier ist schon wieder Lava. Ja, hab ich doch gesagt, er ist Lava. Lava, Lava. Mmm, Chuck. Mmm, Chuck. Mmm, Chuck. Wo geh ich denn hier hin? Hier komm ich in dunkel. Hier komm ich in dunkel, Junge. Hey, Schurre. Hey, Schurre. Schurre, Schurre, Schurre. Du machst mich vollkommen kürre. Ich trage es nicht mehr. Hey, Junge. Wo, wo seid ihr hier eigentlich in der Mine, Simon? Wo ist deine Mine? Da bist du aber drin. Ja, aber hier ist Simon ja nicht. Ne, Simon ist doch im Dschungel. Und klopft sich ein bisschen Holz. Von wem? Klopp, klopp. Ach, du Scheiße. Hör mal auf, du jetzt halt die Fresse. Scheiße. Halt die Fresse. Scheiße, Cem. Cem. Halt die Fresse. Du bist ein Sagen. Du, Cem, älst du mir. Danke, Simon. Das ist nicht witzig. Nicht witzig. Da kann man jetzt auch nicht drüber lachen. Au. 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 Du bist einfach aus dem Weg. Junge. Danke. Hey, das ist die Fresse, oder? Au. Halleluja. Au. Au. Kommst du bitte? Wir müssen zusammenarbeiten, um hier rauszukommen. Einer muss wieder re-loggen, rausgehen, ruhig. Nein, nein. So lustig, dass das Lustige ist, wieder nicht, nein, hier oben rauszukommen. Schade. Fick dich, Junge. Alter, wieso grebst du mich? Mach weiter nach unten. Fick dich doch. Au, au. Hey, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Hier ist dunkel. Hier ist dunkel. Hier ist dunkel. Ich komme gleich ans Tageslicht. Hast du noch eine Focke parat? Alter. Philipp. Sieh, ja? Du kommst gleich ans Tageslicht. Ich komme gleich von unten. Ey, Junge, ich hab was gefunden. Äh, gibt's gar nicht. Was ist das? Ure. 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 Oh, ich hab's kaputt gemacht. Was war's denn? Wow, Creeper. Das war ich mir, das Maragd oder so. Wie man das nennt. Und ich hab da mit der Steinspitzhack draufgehauen. Ficken. Ah, stark, stark, stark. Uu, ich muss mal gerade weg. Au. 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 Nein, ihr töten mich nicht. Säcke. Du sagt, töt, töt. Was ist noch, war das knapp? Was ist nee? Yes, es ist nee. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Das war ja, war da knapp, jo. Freund. Ey, ich hab hier, wow, spinne. Oh, ich hab hier, wow, wow, heidewitzka. Heidewitzka, Herr Kapitän, wir wollen bitte fahren gehen. Shemin Action. Eisen, Sam, wie so, wie so lässt die Eisending hier? Hey, wie, hey, Junge, ich bin ja noch nicht für dich. Hey, gehst du bitte weg. Nein, ich hab nur noch 2,8, den du Arsch. Sorry, Alter, ich hab noch 2,5. Bitte, Sam. Frieden, komm, Frieden. Wir geben uns hier an. Nee, 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 bitte. Rechte Taste drücken, du musst die Rechte Taste drücken. Okay, Frieden. Lapizmel styl 15. Pop 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 Pop. Oem, Nen, hallöse, Sam. Die Schwerter. Gng, die Schwerter gemacht. die weggeschmissen in Lava ja gut ja okay dann tue ich das jetzt wenn du das so sagst ja die sind noch aus dem Creative Mode weil wir doch was machen mussten weißt du nicht mehr du bist so ein Arsch du warst im Creative Mode du warst im Creative Mode du hast einfach den scheiß Operator Modus genutzt um den Creative Mode zu gehen Sam du bist OP du hast mich da reingemacht ja ja Sam weißt du das war als wir die Map neu bauen mussten weil du aus Versehen alles gelöscht hast Schatz von dir Herr Heider Auer was was eigentlich gemerkt ja gewürgt wenn man das nicht mehr kann Altersheim ich hab noch ein Halb so ein Rensern Ups Ups gut wupt die Masana K éc wie du wenn es auf die Vorurteilung friend die skund er kriegt das gleich die Sturz ich kann das nicht abbau Loller Leute sich die die Stil ist ein was zu was nicht zu dir gebracht hat ja ich war sozial ich wollte dass über Sachen wieder irgendwo wo sie meine Sachen die Städte die Bieter Karte wo ja hinter dir irgendwo natürlich was hast du geraucht die Rache bleibt trotzdem nicht nein ich rache niemand Alter fuck da ist ein Zock ach ne das war's wow hier ist Wasser Junge oh ne es klettert die haben so eine Reisweite ja die sind ja auch Prozent okay gewonnen ich meine das ist ja vorher als Klettern die gibt es auch ja wir haben auch die Reis Treppen immer kommen die Veranstaltungen die einigte der Bekau ich habe Angst okay aber ich würde sagen wir werden die Aufnahme ist auch wieder hier warte noch warte noch okay Prozent Prozent vor allen Dingen finde ich jetzt die erhöhen nämlich nicht mehr raus auch wo Wurzmann weil ja okay jetzt kann zu retten sind einfach hochkram okay er wird der Konzentrieren da wir jetzt hier zu zweit sind können wir ja zu zweiter Schlussbild machen so die Klinik und auch falsche Tasse F4 ne der F5 A5 okay wo bist du ganz kurz ganz kurz ganz kurz Kurs ist bitte was die Klinik so kann bitte nicht sagen können die Jörg ja ich habe ihn ja nicht gesehen so Klinik er macht den Bauern die Gäste die Städte mit meiner haben nicht wieder die Seite der Tod sorry so beide gut am Essen hier So, jetzt stell dich bitte hier hin, neben mich Neben mich Guck in die Kamera, guck in die Kamera Guck in die Kamera, hier oben Wo ist die Kamera da? Ja hier, au! Sorry Ähm, falsche Tastatur Wo seid ihr eigentlich? Okay So, jetzt, jetzt, guck in die Kamera, geradeaus einfach gucken Ja, Kamera kaputt Leute, ich lege euch mal schlafen So, bis zur nächsten Aufnahme, ne Man hört sich Sagt bitte alle fröhlich, tschüss Tschö, tschö Äh, ihr Arschgesichter Ihr Arschgesichter Vielleicht noch als kleines Schlusswort Als kleines Schlusswort Heiner hat es in Ehrigkeit, wenn er ehrlich ist, nicht gemerkt Dass wir die Welt neu aufgebaut haben Und nur durch die ganzen Anspielungen von Kai und Simon hat es bemerkt Darum, tschüss, bis zum nächsten Mal